Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days Today mit mir in den Kabinen, kurz vor der Horde und ich hab nix. Naja, stimmt nicht ganz. Schrutze, haben wir ein bisschen wat? Wir werden uns jetzt eine Rapper-Rapper-Kette herstellen und, ähm, erst mal bin ich doof. Oh, warten sie mal. Jetzt hab ich den ganzen Kleber verbraucht, wa? Ja, ich bin der Held, ich sag it euch. Oh, wisst ihr, wat war jetzt? Obwohl, der kriegt trotzdem noch hin. Oh, ich, ich weiss, wie wir das hinkriegen. Oder beziehungsweise, ich bin der Meinung, ich weiss, wie ich das hinkriege. Mensch, ich kann mir doch die, äh, Maschinenpistole bauen. Och, Mann! Ja, gut, warten sie mal ganz kurz, aber erst mal muss ich, äh, mich um eh ne Sache kümmern. Rezepte. Das wir einmal machen. Also, ich hoffe, dass ich das hinkriege. So, warte mal, ich brauche jetzt noch Stoff und Federn. Ähm. Federn. Stoff. Wo ist denn der Stoff hin? Habt ihr da noch Stoff gehabt? Da ist der Stoff. So. Äh, die Kids kann ich mir ja so, ja, die kann ich mir so herstellen. Gut, dann kann ich mich das, äh, so machen und dann so, wisst ihr? Dann haben wir das nämlich durch. Maschinenpistole. Dann hab ich wenigstens... Ah, gut, die AK kann ich nicht bauen. Ich wollte grad sagen, ich kann mir ja die AK bauen, aber nee, kannst du nicht. So, wat fehlt mir denn? 22... Ach, du Shit. Gut. Ja, gut, krieg aber trotzdem den. Weil wir haben ja einen Maßbecher. Wo hatten die den hingeschmissen? Da ist er. Den haben wir ja letztes Mal gefunden. Ich kann den ja jetzt erstmal... Für die Zeit haben wir noch... Oh, das wird aber knapp, das wird aber knapp, das sag ich euch. Aber... It is möglich. Kleber. Das machen wir. Das machen wir. So, warte mal, ich brauch ja... Warte mal, ich muss das mal markieren, dass das da rauskommen tut. 22 Stück, das ist ja schon knapp. Oh, dann haben wir 600 Schuss. Plus sowas. Für böse, böse Leute. Vielleicht schaffen wir das doch. Und, äh... Weil ich nie wees... Also, wir haben ja jetzt, glaube ich, Schrutze haben wir 6... Was ist das? Schrutze kann ich mir auch noch machen. 600 Schuss oder so? Hahaha. Ey, das ist gut geraten. Ähm... Vielleicht bringt mir das ja noch was, wenn ich... Die Kniffte kann ich mir ja in der Tasche bauen, ne? Ja, ja, ich glaub, das kann ich machen. Bin nicht immer berechtigt, das ab. Nochmal, 57 Schuss. Ja, es wird knapp, aber es ist machbar. Los, komm! Acht Kleber noch. Das ist kein Problem. Äh, warten Sie mal in der Zwischenzeit hier mal kurz die Game Stage. Haben wir letztes Mal vergessen. Also, ich bin jetzt zu Level 26. Die Game Stage ist auf 98. Äh, ihr Kitte... Gegner. Naja, es sind ja die Zombies. Äh, 914. Ach, geht doch. Und 6 Tode. Naja, sind... Letztes Mal hinzu... Nee, 11 Tode. Sind ja letztes Mal 3 hinzugekommen. Haha. So, müsste ja jetzt funktionieren, ne? Kann ich mir ja so herstellen. Der Problem ist, ich kann es ja dann quasi nur nicht reparieren, ne? Was ja doof ist. Aber bringt jetzt auch nichts, sich darüber aufzuregen? Was ihm halt ist... Äh, nicht ist, ist ihm halt nicht, ne? So, und nicht, dass ich die irgendwie auseinander oder sonst irgendein Shit, das schmeiß ich da gleich mal hier rin. Und zur Not kann ich auch die nochmal... Wie gesagt, in der Notfrist der Teufel fliegen. Ich würd die so ja in die Luft jagen, das sag ich euch. Ach du Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, wo ist denn? Na, die ist gleich fertig. Die ist gleich fertig. Also, Reparierpakete sind da. Die ist auch da. Aber wie gesagt... Kann ich nie reparieren. Das ist das Problem. Es ist so, wie es ist. Kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Erstmal ist ja eh Schrotze. Dit ist bloß ne Notlösung. Oh, wir müssen los. Wir müssen los, Alter. Ein paar Sekunden noch. Also, ich wünsch euch schon mal viel Spaß. Ik werd's haben. Ik werd's haben. Ach, dit wird schön. Dit sag ich euch. Oh, ik kann dit ja ja nie auflassen, weil dein Fassungs ist ja hier rüber zu loben, ne? Ja, doch. Ik... Ik will ja rüber, aber dit Spiel lässt mich nicht. Hihi. Also, it geht los. Ik hab nie nachgeladen. Ah, toll. Vielleicht kann ik ja ein oder zwei so wegnatzen. Wie viel hab ik denn überhaupt hier? 300? 200. Naja, jut. Wird schon funktionieren. Ik muss... Äh, ja, nee. Ist klar. Ik hab wat vergessen. Scheiße. In der ganzen Hektik. Ik muss ein Hammer holen. Ik muss doch die Scheiße hier hoch, falls irgendwas ist, reparieren. Gut, die werden ja nicht gleich die Tür durchbrechen, wa? Hallo. Kannst du mal kurz hier... Ja, nee. Ik brauch'n Hammer, wenn ik denn jetzt... Oh, alter. Scheiß Baby. Aber warum kann dat... Achso, dat Baby kann ja explodieren. Stimmt ja. Ik muss ja nicht schnell rüber. Ja, die werden die Tür eintreten, denn das ist aber auch shit, wa? Wie's schön ist. Mann, ey. Da vorbereitet bis zum Medienmeer. Wo ist der Scheißhammer hin? Recht, nicht in Panik aus. Ik bin schon in Panik genug. Ik reicht für uns alle. Na gut, reparieren ist nie viel da. Hahaha. Spiel. Bitte jetzt nicht rumruckeln. Ah, die versuchen durch die Wand durchzubrechen, wa? Ja, die sind ja mal doof. Ob die wissen, dass ik ne Tür hab? So, jetzt können sie ruhig kommen, weil... Falls die denn doch wissen, dann kann ik hier wenigstens reparieren. Ah, das funktioniert. Ich versuch dit noch ein bisschen raus zu zögern. Wat dit anjeet. Nur wenn die Kacke am Dampfen is. Weil wir haben noch sehr, sehr viel Zeit vor uns. Dit is eigentlich ganz gut, wa? Wenn ik dit so mache. Und wie gesagt, wenn es zu viel wird, kan ik ja immer noch anschalten. Dit sollte ik hinkreieren. Nee, ist dit noch nie wert. Dit is dit noch nie wert. Äh, warten sie mal ganz kurz. Wenn dit kommt, äh, zack. Scheiß Nasen-Esch. Imi aus de la Dichte. Nasen-Esch wurde, äh, terminiert. So, warten sie mal. Kümmere dich mal darum. Dit kann ja hier nie alles alleine machen. So. So, war dit nicht geplant. Oh, will er ausschalten. Oh, dit is jan schön Anjenagt. Eeeh, eeeh, eeeh. Da und in. Jetzt bruch noch nen Dude. Der will durch. Du musst, will er übernehmen. Ich sag, dat funktioniert. Aber ik muss eben halt sparsam mit umgehen. Oh, junge, junge. Ja, jetzt ist will er so'n großer da. Aber wie gesagt, dat schlimm ist die Pulli man zeis und so. Boah, ik muss den schi- äh, scheißen Knie wegschießen, alter und dat is doch doof. Weil doof ist, wie gesagt, reparieren ist schwierig. Also, Material. Pappen unter Kontrolle. Ja, warte mal ganz kurz. Ik muss mal wenigstens een bisschen Leben tanken. Identifiziert. Naja, kan ik met leben. Solange ik die Nacht überlebe. Ist mir dit einerlei. Trinken hab ik nicht mehr bei. Ja, warum denn auch? Mach dein Kopf zu, junge. Jetzt kommt will er so'n Duk mit. Schießenderweise. Äh. Machen wir mal, wa? So, warten sie mal. Ik lad schon mal die nach. Waren wees ja nähe so. Du kannst will er aus, weil dit schaff ik so. Wenn ik Munition in Lauf hab. Jetzt muss er doch nochmal übernehmen. Mon ami. Der Kabi muss mal will er reparieren. Wo dit ja ne, wahrscheinlich nötig gewesen wär. Äh, Polymanzei! Ah, doch hier. Oh-oh. Oh-oh. Die Reparatur war mal. Dat is jetzt doof. Äh, gut. Er so'nicht gut, wat zeugt er machen? Jetzt wird's riskant. Dankeschön. Na, jetzt sag mal, hab ik hier äh, warte mal. HD-Blöcke. Wir wissen ja, wie gut die sind, wenn man sie hat. So, die werd ich mich auch gleich mal hier rinsetzen. Hier ist er. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ik hab mal vergessen zu setzen. Äh, speikstechnischerweise. Gut, das war sie her, gestellt haben, aber anscheinend werden die nicht gebraucht. Kannst du mal aufstehen? Danke. Kannst du mal? Ja, danke. Nimm mal dein Gesicht aus meins. Da ist ja noch so'n Dude. Noch so'n Hesslo. Ja, doch. Äh, wat hab ich äh, wat, wat, nee, da war ja nicht, wa? Gut, da mach ich will er zu. Der dürfte gleich hochkommen, wa? Oh. Doppelt. Meine Rüstung ist aber auch Puppes. Eine Minute schon um. Äh, eine Minute schon um. Ik meinte Dein Uhr. Ich bin an überlegen, ob ich die in den Rest gebe. So. Ihr sagt, ich hab ja auch noch die andere Kniffte. Ey, du könntest mal das nicht kaputt schießen, ja? Ik wees Treffen, äh, hast du von mir abgekickt, aber du musst jetzt nicht alle nachmachen. Ach, du Kacke. Äh, äh, oder vom Kettensägen, Massaker. Ich hab nie nachgeladen. Kannst du mal? Ja. 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 Vielleicht muss ich jetzt ja so ein bisschen Compilation. Moment mal. Äh, ach gut. Äh, jetzt ist es zu spät. Ich wollte jetzt eigentlich äh, genau die. Kannst du mal hier übernehmen? Das Vieh macht meine Defense kaputt. Aber ganz gewaltig. Oh, so ein bisschen mehr Munition ist schon geil, war? So, am besten wäre jetzt quasi, wenn ich das reparieren könnte, aber kann ich nicht. Wenn ich das anüberlegen, ob ich das rauskloppe und, äh, die erst mal auf Distanz halten, Truhe, wisse, also, weil, wie gesagt, die Blöcke, die halten doch ein bisschen mehr aus. Ah, ne, ja, 1000 ist noch was. Hallo, sie! Auf jeden Fall muss ich denn ditte, äh, so lange schützen, bis der ditte voll Opilan ist, ist da ein Tausender. Oh, oh, die ist bald kaputt. Zwei Stunden muss ich das noch aushalten. Und die Rombo-Gang kommt noch angekrabbelt, da, sehe ich gerade. Machen sie ihren Kopf zu und da ist noch einer, der schießt mich gerade hoch. Ja, ah ja, ich habe sie sehen. Immer schön rin. Kannst du mal übernehmen? Oh, der macht das hoch, ne, ach shit, jetzt ist es zu spät. Ah, ich glaube, den hat es erwischt. Ah, 56 Schuss noch. Ah, nee, das glaube ich kann nichts einlassen. Ich habe mir gedacht, ich kann jetzt so, wisst ihr. Wo hast du noch? Auch 52, genauso für eine Wecker. Oh, das sind doch bloß noch eine Minute, Mann. Ich will jetzt nicht wegen einer Minute sterben. Und schon ja nie mit meiner Ausdauer. Wir wissen doch, was passiert. die Frage ist, ob ich jetzt mal die anderen Klebestreifen mit hochnehmen sollen. Oh, da kommt ein Eimer. Ein Backofen kommt da an die Rand. Er backt so ja noch. Ah, jetzt nicht mehr. Eine Minute noch. Ich habe so nicht. Wir könnten nicht rein theoretisch, wenn jetzt die nicht durchbrechen und ich nicht in Panik gerate, was durchaus möglich ist, spüre ich da eine Chance des Überlebens. Weil das Ding ist immer noch auf tausend voll. Sparen! Oh, die kommt da nicht durch. Die Krabbelgrube kommt da nicht durch. Die Krabbelgruppe hängt fest. Ich versuche, wie gesagt, so viel Munition wie möglich zu sparen. Na, kommen wir noch hoch? Das war mein Treffer. Hallo, hallo, nicht dagegen schießen. was sagst du? Oh, neun Schuss noch. Ich glaube, ich mache das mal so. Ihr sagt, zwei Schießer sind besser als Ener. Ja, ja. Sind ja bloß ein paar Sekunden. Aber es kann immer noch sehr, sehr viel kommen. Das ist jetzt doof. das war eine sehr, sehr gute Idee, die Munition zu verteidigen. Was eigentlich wirklich war, das könnten die paar Sekunden sein, die mich, oh, ich habe da was gesehen, ich weiß nicht, ob ich, nee, das ist bloß so ein da kommt noch Ener und da kommt sie erwischt auf frischen tippen tappen. Ich sage mal so, aber wir können dieses Mal auf jeden Fall neue Munition herstellen. Oh, nein. Jetzt wird's hart. Ups, ich sollte nachladen. Oh, die Rombo-Gang ist durch. Nee, das tut nichts. Das ist ungünstig. Kannst du nochmal ein bisschen, bitte noch immer ein bisschen Druck ablassen? Ah, jetzt ist scheiße. Ich glaube, der hat auch keine Munition mehr. 9 Sekunden Rennen. Ich habe keine Ausdauer. Ja, Leute, ich würde mal sagen, die Base hat ja noch Stand gehalten, bis das passiert ist. Ich jetzt sind ja die letzten Sekunden. Ich sage mal so, es ist nicht schlecht gelaufen. Es war nicht perfekt, aber es, wir haben es überlebt. Jetzt muss ich bloß noch die paar Handel überleben. Das sollte auch möglich sein, oder? Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ah, du, zuerst, wach? Ja. Kannst mal sterben? Dankeschön. Na gut, man macht die Horde so, wie man kann, war, also, mehr war nicht drin. Aber wir wissen ja jetzt, dass ich mir so was herstellen kann. Es wird sich jetzt was ändern und ich kann bohren. Ey, der hat die aber komplett leer geballert, war? Alter, und ich hab das Ganze ohne das Bike gemacht, war? Und stehen immer noch welche. hat. Ey, wie ihr sagt, hätte ich noch die Möglichkeit gehabt, den Stein rin zu setzen? Und zwar so. Ich würde, äh, mach mal die nochmal klein, weil jetzt brauche ich die nicht mehr. Jetzt kann ich die ganz normal nehmen. Und ich sag mal so, die haben bloß hier den Stein kaputt gemacht. Wir werden erstmal gucken wegen Titan. Ja, dat ist wichtig. Der Kabin braucht Titan. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, gut. Achso, Infektion. bekämpfen sie ihre Infektion. Aber wirklich, das ist so mit der Schrott. Gut, ich hab jetzt die Zeit ganz auf normal gestellt. Also, nicht das doppelte, weil normalerweise würde jetzt dieselbe Zeit nochmal ablofen. Also, quasi 120 Minuten. Wir haben jetzt die eine Stunde, also, nee, 60, also, die 60 Minuten, oder, die 60, was da ist. Hat ich ja ausgeweht ja. Aber länger hätte das auch nicht sein dürfen. Länger hätte das nicht sein dürfen. Ähm. Nein. Äh, nicht auseinanderbauen. Du solltest eigentlich nur... Achso, ich hab auf Reparieren gedrückt. Hä? Ausrüsten. Achso, das Rezept. Hä? Ich hab doch... Ich... Ich sag jetzt nicht, dass ich... Reparieren, fallen lassen... Äh, ich sag jetzt nix. Ich sag nix ohne meinen Anwalt. Ich wollte jetzt echt hier nochmal hier so, äh... wie pack ich das jetzt rin? Ich hab echt jetzt... Das ne gefunden. So! Ach, übrigens... Wir haben ja jetzt auch noch... Äh... Wo haben wir einen? Da. Da können wir was ändern. Das kann raus. Und jetzt haben wir wieder mehr Platz. Super, super. Muss meine Rüstung wieder reparieren, wa? Naja. Achso, und hier ist eh ne Buchse, die durf ich nie verkaufen, weil das ist für das Strahlungsgebiet. hatten wir ja schon gehabt. So, das grober Schrot, das ist richtig. Donnerbüchse nicht. Referiel? Äh, warte. Emo? Ey, wie, du hast da jetzt AK-Teile? Ey, ich würde schreien, würdige. Achso, Musik erst mal öffnen, ne? Stellt euch mal vor, da wären AK-Teile drin gewesen. Gut, aber 24 Schuss mehr wären das gewesen. Haha. So, äh, nee, hier nicht rennen. Ich werde jetzt versuchen, sag mal, was brauche ich denn nochmal? Was waren das jetzt für Dings-Teile? Ach, hier ist die andere Munition. Da war das, ne? Da brauchte ich ja, ja. Dit da da. Ich glaube, dann konnte ich mir das herstellen. Und dazu bräuchte ich aber sowas. Lobig. Summer Glade. Hadi. Das ist das, was wir auch noch nicht brauchen. Äh, wie ihr sagt, die Chemiestation, die steht ganz, die Musik auch noch ganz, also, die ist ganz groß auf meiner Liste. Dit war jetzt für den Waffendingz, das war auch für die Waffe und das war für Waffendingz, ne? Also, hier für den Tisch. Ne, hä? Wo kamen, hier kamen die rin, genau. Da, 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 können wir nämlich Munition ausnahme nehmen und dann haben wir ja auch wieder Schwarzpöfer und da sind die Spikes. Naja, äh, ich sag mal so, dann brauchen wir uns das nächste Mane herstellen. Ist ja auch schön. So. Das ist jetzt mal entmarkiert. So, ich gebrauche eh mal ditte, ditte und eh Nähzeug und eh mal den Schweißdings. Schweißdings. Ach, die mach ich ja hier. Deswegen HD-Karbin. HD, also nochmal. Ich frag mich jetzt gerade auch, ähm, wegen Strahlungsgebiet, ob ich die HD-Rüstung brauche oder die normale Strahlungsrüstung. Ob das schon ausreicht, wisst ihr? alles kann nichts muss, ne? So, das ist da ist es auch nicht. Siehst du, und da sind die Teile. Was brauche ich denn dafür? Oh, Alter, das mache ich zuerst. Weil dann kann ich das ja machen, was ich gesagt habe. also, und ich sehe nämlich gerade, ich könnte das so ja durchziehen. Das ist mir so ja noch wichtiger als der Rest, äh, was ich davor machen wollte. Wo sind jetzt die Federn? Oh, ach, da sind sie ja. So. herstellen. Wenn ich das denn drin habe, dann müsste ich ja die Parts herstellen können. Aber warum habe ich vorhin ein Dings gesehen? Steht doch bloß die Schmiede den Stahl. Und ich habe irgendwas mit Titan gelesen. Ach, das waren beide die, wenn ich die gleich so herstelle, ne? War das so? Wie ist das jetzt? Das haben wir gleich raus. Das haben wir doch gleich raus. AK Parts, da haben wir doch. Ne, da ist Titan. Und das ist ja jetzt der Scheiße. Und ich kann das ja nicht herstellen. Hä? aber ich habe das doch extra deswegen hier rin gepackt. Naja, gut. Das ist jetzt doof. Na gut, ich kann ja auch die nicht bauen. Also brauche ich erstmal Titanium. Weil Titanium, ne, Titanium habe ich noch nie hergestellt. Braucht ich auch nicht. das brauchte ich nicht. Man sieht's und da sind die Rifle-Teile. Und Pistolenteile. da ist er. Und da brauche ich so ein Blase-Bike. Ich werde das mir jetzt markieren. Zwei brauche ich so, ja. Oh, ich muss husten, Alter. Jetzt fängt das an. Alter, weiter. Fortgeschrittener Blase-Bike. Stellt mir doch gleich mal Zwei her. Dann kann ich mir die Fortgeschrittener stellen und dann hoffe ich, dass ich da schneller oder mehr herstellen kann. Irgendwas war ja gewesen. Aus irgendeinem Grund wollte ich mir das bauen. So. Also. Der Karbin braucht Nägel und er braucht auch die da. Das hat er halt gehabt. Nur wo? Da sind die Nägel. Habe ich schon mal. Holz habe ich auch schon mal. Ja, Klebewand kann ich mir jetzt auch wieder herstellen. Ähm. Wo habe ich nicht Leder jetzt hin? Hingemacht. Da ist er da. Na gut. Fünf Stück brauche ich. Hallo? Man hebt das doch einfach ein. Achso. Stoff. Gut. Dann haben wir das da. Dann kann er das schon mal wieder einschmelzen. Oh. Wie gesagt. Das Schöne ist, dass ich Dings machen kann. Bohren unten. Also Munition und so. Und dann, wie gesagt, brauche ich bloß noch Nitrat finden und die ganze Schose. Alter, das braucht das unbedingt. Und Eisen. Dass ich das dann, äh, Stahl, dass ich das auf Stahl aufwerten kann. Und dann brauche ich gerne noch andere Sachen hier. Wie gesagt, ich brauche hier drei brauche ich dich. Na gut. Dann brauche ich wohl eh mehr. Achso, für ihn brauche ich ja 15 Stück. 15 Klebestreifen. Was habe ich mir dabei gedacht? Also nochmal. So. Jetzt aber. Äh, erst mal Markierung deaktivieren. Machen wir uns erstmal ihn, den Zweier und der Neun. Das muss ich dann noch machen. Den Schmelztiegel, aber den kann ich ja noch nie machen. Alter, bin ich noch so weit entfernt von, wa? Holy shit. Ach, und Chemiestation kann ich ja noch ja nie bauen. Entschuldigung. Det heißt, ähm, naja, gut, wenigstens Stahl kann ich denn herstellen. Dat müsste jetzt, ach nee, ach, da brauche ich ja det, ach man, gut. Dann mach ich das mal aus. Ey, vielleicht, wenn ich jetzt, vielleicht hat der ja so was zum Kaufen, wisst ihr? Jetzt wird wieder Zeit nachzuschauen, wa? Ich mach mal hier alt in meine Müllkiste rin. Ich bin zu voll zum Sortieren, ich weiß. Erzählt mal was Neues. Das, wie gesagt, kriegen wir alles schon hin. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja mal auch hier so nebenbei noch eine Quest machen. Das ist ja auch noch möglich. Und steht ja alles offen. So, warte mal, das werde ich dann aufheben. Eigentlich Pistolenmunition kann ich ja eigentlich mitnehmen. Alter, tausend Schuss, Alter, und ich hab immer noch keine Pistole, wa? Ey, das kannst du doch kein erklären. Ich glaube, ich muss mehr questen. Hallo, ich hab hier angefasst. Na gut, irgendwie werden wir das schon kreieren. So, dann schmeiß ich das erstmal hier rein, spritze nämlich mit. Äh, 14 Litreiche, äh, 17 Litreiche sollte erstmal reichen. Meine Vorhaben. So, das reicht auch. Äh, das hab ich mit bei, das kommt hier rein, wo sind die, achso, da sind ja die Vitamine. Die werde ich mal gleich inhalieren. Reit? Kommt auch hier rein. Ehen trinken mit bei, schnell noch was essen. schon mal für morgen vorbereiten. Ach, den Boker lasse ich noch hier. Den Boker lasse ich jetzt hier, nicht, dass ich auf die Idee komme, ihr wisst ja, wa? Äh, verkaufen technischerweise. Jetzt freut mich, wenn ich den hier jetzt so verkofe. Der bringt 100, ne, wat. Wenn ich denn da die Mod drin schmeiße, ist das natürlich hoch mehr wert. 200 noch wat. Spielt jetzt hoch keine Weiz, aber so richtig. Ach, weißt du wat? Wat ik kriege, kriege ik. Ne, wat ik habe, hab ik. Wat ik kriege, weiss ik nicht so rum. Dat werden wir jetzt erstmal alles verkopen. Ach, und, äh, bevor wir dit machen, werden wir uns ne Kleinigkeit noch bauen. Dat ik ja neu gesagt, ja, dass wir dit machen. Und ik kann mir dit jetzt machen. Also, fertig bauen. Ähm, ik brauche jetzt nur noch die Reifen, ne? Dit hab ik, dit hab ik. jetzt fiel mir die Reifen und ne Batterie. Dat sollte alles machbar sein. Ik würde sagen, wir wären demnächst, äh, so ähnlich wie KMH. Moment mal, wat is nu los? Hab ik doch. ik sehe da, äh, ik höre da schreinerweise. Motor ist klar, aber hier, dit is dit doch. So, bin ik jetzt doof? Ja, dit fehlt, dit is doch die Karosserie, oder? Ja, das sind auch noch unterschiedliche Karren, willst du mich verarschen? ich hab jetzt gedacht, ich kann mir ne Karre bauen. Jetzt ist dit auch noch unterteilt. Aber dit sieht doch gleich aus. ich komm mir verarscht vor. Aber maximal. Das sind zwei verschiedene Dinger. Na gut, steht ja auch da. Och man, ik hab mich so gefreut, alter. Dit ist doch alt. Ik hasse dit. Nächste Schrottprojekt, ey, dit is doch. Ik bin davon ungehalten. Jetzt ist dit raus. Ey, mal hier sortieren die Scheiße. Ist doch kacke, dit. Ich hab mich jetzt so davon gefreut. Ich hab gedacht, ich kann mir jetzt ne Karre bauen. Aber das Spiel sagt schon wieder ne. So, und dit kann ich gerne reparieren, weil dann brauchst du nämlich, wenn ich die jetzt zerlege, kriegt er ja keine Waffenparte, kriegt er Eisen. So, halt da. Was ist denn dit für blödsinn? Ik brauch zum reparieren Pistolen, in der Übrigen hier sind Pistolen keine. Aber ik krieg nicht dit, wat ik hamen will. So, warte mal, dit nehm ik jetzt wieder raus. kann wieder geschrotet werden. Vielleicht kriegt er AK-Parts. Man kann ja nicht nur Unglück haben. Ach, da. Na, gut. Na, gut. Na, denn. Schnell, ups, schnell zum Händler. Oh, sie rechnet, jetzt ist ne Horde hier, ihr kriegt ne Krise. Wenn ich jetzt wenigstens Stuff davon kriegen würde. Aber ich geh ja meistens immer leer aus. Bei so ne Schnetzelei. Da, seht ihr, nix. Die kommen nur her, machen kaputt. Warten sie mal kurz, ich hab nämlich da, wieder nix. Was ist hier los? Machen Kopsu. Entweder kommst sie her und bringt es hat oder ihr lastet sein. Ich geh shoppen. Das macht mir Spaß. Ey, du bist ja völlig blau. Kalt gefroren oder was? Ich hab den ganzen Staff noch hier drin, was? Naja, vielleicht kriegt noch was am Mann. Hallo sie? Oh, doch noch was? Das ist so eher noch brauchbar. Ich hab nix gesagt. naja. Eine Horde. Das Einzige was jetzt noch fehlt sind AK Parts. Jawohl. Könnt ihr euch noch an das Haus erinnern? War eine richtig krasse Folge. Könnt ihr euch hier nach anschauen? Weil die Folge ist hier gleich zu Ende. Wie gesagt, ich gehe jetzt bloß noch zum Händler. Jawohl. Also jedenfalls das ist mein Plan. Blöde jetzt reicht es. Noch ein bis Alter. Jetzt reicht es. Ich hab auch meine Grenzen. Ich bin schon wieder infiziert. Ey du drei zwei Frusa. Es ist alles gut. Ich kann nichts. Du hast die Horde durch. Alles gut. Alles gut. Weil ich dir was sagen tust Junge. Okay. Das hört sich noch fernfüglich an. Wenigstens muss ich Cash hier machen. Alter und ich hab nicht ein Einzel Repair Paket. Ich glaube mir geht es nie gut. Ich brauche eine Pause. Ich habe nicht ein Einzel Repair Paket verbraucht. Hier ist eine Ratsche. Ein Hammer. Minus 7 Warten Sie mal Waffenteil Dings haben wir auch nicht. Ja gut war ein paar könnte ich ja noch ein bisschen intensiv brauche ich erstmal wieder Munition um rinnen zu kommen. Oh Alter brauche ich auch und warum kostet nicht. Keine Ahnung. So Wasserproblem gelöst. Wenn wir mal eins hätten. Aber ich sehe gerade ich kriege nicht. Nee kann es vergessen. Gut also eine Quest ist dran. 900 Meter Warum ist denn hier alles so weit weg? Na gut Leute von heute ich hoffe euch hat Spaß gemacht ich hoffe wir sehen uns morgen wieder selbe Stelle selbe Welle ich kann den Trinknieren packen ich brauche einen besseren Helm also bis dann ich bin raus tschööö